Toll, schön. Alter, bist du schnell. Wuhu. Scheiße, Mann. Der Fettsack kann ja richtig schnell laufen. So, Leute. Herzlich willkommen zurück. Oh, scheiße. Das ist nicht Spritten, habe ich gerade gemerkt. So. Letzte Folge. Wir sind im Lantern District angekommen. Glaube ich mal. Sieht mal sehr nach Laternen und so weiter aus hier. So ein bisschen ging mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Was in etwa so früher mal ein cooles Lied war für uns kleinen Kiddies. Ich weiß nicht, ob das heute überhaupt noch existiert, dieses Lied. Ich habe keine Ahnung, wo wir eigentlich hin müssen. Da hinten ist mal sowas wie ein Zielgebiet. Würde ich mal sagen, nehmen wir das erstmal in Angriff. Mal kurz schauen. Ah. Oh. Falsche Taste. Das ist natürlich schön. Hier. So. Ich muss also erstmal alles zerstören. Klasse. Da kommt immer wieder Freude auf, muss ich sagen. Weil wir alle ja wissen, dass ich im Zerstören immer so toll und gut bin. Ich muss mal kurz alles analysieren. Wie machen wir das am besten? Zack, zack, zack. Okay, wo ist das Ding? Da hinten, ja. Oh, da ist wieder einer, der so ein bisschen rumschwebt. Klasse. Gut. Gefahr. Sie betreten ein Spar... Äh, ja. Ein Sparbezirk. Hallo, hier können Sie gut sparen. Ähm, ein Sparbezirk natürlich. Kein Spar... Alter, schon werde ich wieder angegriffen. Könntest du schon wieder abkotzen. Ja. Schon wieder ein paar weniger. Bam, 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 bam. Oh, yeah. Wo kommst du her? Alter. Lass mich gefälligst in Ruhe. Ansonsten gibt es gleich ein paar auf die Nüsse. Komm her. Komm her, schaffst du dich bei. Ich mach dich so fertig. Hast du gedacht? Huah, 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 huah. Okay. Huawei. Ein schönes Handy. Übrigens ein bisschen... ...blablablazement muss immer sein, finde ich. Okay, da hinten, das muss er zerstören. Da oben, der Penner meint, der wäre cool. Mal gucken, ob ich das... Ja, ein Bein. Oh, scheiße. Er geht in Deckung der Hundesohn. Zweites Bein. Klasse. Ich muss wieder schön aufladen, damit ich dann... ...ah, huah, huah. Zwei. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ich sterbe. Ich sterbe, Leute. Ich, 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 ich. Ich, 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 ich. Scheiße. Ich bin tot. Das ist nicht cool. Vor allem sehr peinlich, mal wieder. Oh, das ist aber schön, dass wir hier rauskommen. ich meine es ist ja nicht so als ob da irgendwie ja ein kleiner wegunterschied wäre jetzt gehen wir erstmal da runter greifen wir von unten gleich an es steht wieder alles toll so was finde ich einfach immer wieder schön gibt mir die beine tschüss ja ja und du auch ein bisschen tschüss ja 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 ich habe irgendwie hunger glaube ich sonst würde ich ja nicht hier um niamen also das ding der engel zerstören mit noch ein bisschen sehen was ihr alter voll das automatikgeschütz da unten seid ihr noch ganz bei trost oder wat scheiße alter trefft ihr mich nicht oh scheiße doch nein ich bin gleich schon wieder tot das gibt es da nicht so hier können wir uns gut verbarrikadieren bis die flucht flucht kurze flucht ich müsste das ganze in slow motion machen können hier damit ich auch was sehe was ich eigentlich mache und slowmo zielen barb so scharfschützen style buch hier hier kommt das andere Bein auf danke irgendwie kriege ich so langsam in den falschen Hals warum habt ihr eigentlich alle warum habt ihr eigentlich alle zwei Beine ich weiß die Frage ist irgendwie leicht lächerlich wenn ich so drüber nachdenke ich will den heilen ich brauche ein bisschen Energie hier sag danke so ist noch eine Beine weg scheiße nicht schon wieder das ist einfach schlimm jedes mal werde ich angegriffen hier kann ich das da hinten eigentlich so zerstören nein doch wer hätte das gedacht gib mir dein letztes Bein gib mir dein letztes Hemd Alter ist einfach schlimm wenn man alles so ganz cool machen will ich und da gibt es doch nicht gib mir doch einfach geht doch einfach mal auf jetzt hier bam 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 yeah gut das haben wir jetzt mal gucken was passiert kriege ich euch alle baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Oh, diesmal ist es direkt raus. Das letzte Mal muss ich schon mal draufhauen. Gib es mir her und jetzt geht es auf die Schnauze. Danke. Und schon wieder haben wir eine Basis eingenommen. Ich lebe das. Ich lebe es, wenn ein Plan funktioniert. Wo ist meine Zigarre? So. Bedeutet, wo sind die Splitter? Jawohl. Na schön, her mit den Splittern. Her mit Splitter. Ich brauche noch mehr Splitter. Noch ein Splitter mehr, bitte. Aula. Fast abgestürzt. Abgeschmiert. Noch ein Splitter. Jawohl. Alter. Schon wieder. Ich denke immer, da wird man sprinten. Das ist, wenn man so viele Spiele auf einmal zockt. Irgendwann. Da oben ist eine Scherbe. Irgendwann kommt man komplett durcheinander. Das ist so, das hat er los, wenn man so viel Geld hat und so viele Spiele sich kauft. So. Hallo? Äh. Ja, schon besser. Hoch, immer hoch, immer hoch. Ja, ja, ja. Alter. Ja, so. Äh, Junge, du sollst da hoch, Mensch. Kinder. Ist das eine Scheiße. So, jetzt hoch, hoch, hoch. Das ist jedes Mal zum Heulen. Ah, ja. Bap. Aha, ich hab sie, ich hab sie. So, so wie es aussieht, müssen wir jetzt, ähm, da hinten schon wieder. Ach, Gott. Immer nur die ganze Sorge. Jetzt erstmal die sechs Scherben. Boah. Schon brutal. Einlösen. Was haben wir hier? Verbessertes Dase. Erweiterte Blase. Was denn haben wir hier? Laserfokus. Verlangsam kurz die Zeit. Oh yeah, das ist doch genau das, was ich gemeint hab. Geile Scheiße. Weniger Neonenergie oder die Blase weniger Energie. Würde ich sagen, hier weniger Energie, weil die Blase benutzt ich nicht so oft. So. Gut. Dann, ähm, greife ich hinten das nächste Ziel an. Oh, da oben. Kriege ich das von da unten? Huah, huah, erbischt. Ich bin schon der richtige Scharfschütze hier. Das geht voll ab, Mann. Flitz, flitz, flitz. Okay. Jetzt da hochflitzen. Tschung. Ähm, hier sollte doch eigentlich jemand sein, oder? Ein Gegner. Habe ich das Gefühl. So, ah, da unten. Ah, es kann sein, dass das immer noch nicht geht. Oder ist es mittlerweile freigeschaltet? Ach, gut. Yo, natürlich ist hier Delsen, Mensch. Nichts, Kinder, wir sollen sonst sein. Ein Tag auf der Space-Niesel, der Ying-Yang-Konflikt des Verlandes der Vögeln, ja? Ich verstehe das alles total. Diese Macht, den machtlosen Sachen. Und ich will helfen. Das ist cool, dann hilf. Wenn du helfen willst, hilf mir einen entflohenen Conduit zu finden, der sich im Lantern District rumtreibt. Oh, warum suchst du ihn? Oder sie? Ich will ihm bloß die Hand schütteln. Oder ihr. Okay, also, äh, ich hab gehört, dass die UP will alle gefangenen potenziellen Conduits zu dem Sammellager im Downtown bringen. Der Konvoi soll bitte durch den Lantern District fahren, über die I-90-Überführung. Okay. Weißt du zufällig, ob jemand von denen wirklich Kräfte besitzt? Oh, ja, ja, absolut. Auf jeden Fall. Ja. Ah. Alter, hast du gerade ein Foto gemacht? Hast du gerade ein Foto gemacht, Junge? Ich bin Eugene. Gib mir das Foto. Lösch das Bild. Sofort. Meine Mutter hatte Delson aus einem alten Westen. Ein Cowboy. Das ist gut zu wissen. Alter, Leute. Das ist ja wie auf dem, äh, Video Days hier, oder was? Ich weiß, ich seh ein bisschen dem lieben Flo ähnlich, aber nein, ich bin's nicht. Hört auf, irgendwelche Selfies mit mir zu machen. So. Alles klar. Juhu. Juhuui. Da oben muss es dann abgehen. Alter. Junge. Hört doch einfach auf, auf mich zu schießen, ihr Babsäcke. Herr. Seht ihr, das habe ich gemeint mit Slow-Mo. Und noch, wenn da oben ein ganzer, ähm, Konvoi langfährt, dann muss ich, glaube ich, vorne ein paar von den Dingen sammeln, damit ich mich auflade, glaube ich. Weil, das wäre schon geil, wenn ich direkt so BÄÄM reinhauen könnte, so mit meiner Macht. Die Macht von Greyskull und so, ne. Ihr wisst ja, wie das Ganze so ist. Und da hinten ist wieder ein kleines, ähm, Autoschen, da könnte ich vielleicht was rausholen. Ja, verdammte Scheiße, das Drexing hat ein MG obendrauf. Da kann ich nichts rausholen. Weil, das wäre, glaube ich, ähm, ja, genau deswegen. Ich weiß, ist ja gut. So. Jetzt, ähm, ist es Gott sei Dank so, dass ein paar überlebt haben. Das ist schön, das ist wunderbar. Dann kann ich denen nämlich schön die, ähm, die Füße wegschießen. Hohohohoho. Ah, da ist ja noch einer. So. Leute. Ganz, ganz blöderweise, ähm, ist es jetzt leider so, dass ich noch einen brauche. Wer hat noch ein wenig Kraft, die er mir leihen möchte? Denn ich möchte mich gut vorbereiten für diesen Kampf. Ach ja, da hinten sind mit Sicherheit welche, aber da bricht gleich die Hölle los. Zumal die mit Sicherheit wieder so, na, verdammte Scheiße. Ich weiß nicht, ob ich mir das sowas... Nein. Lieber nicht. Ähm, ja. Gut, ich muss irgendwo anders da das Ganze herbekommen. Erstmal wieder schön die Neon-Kraft aufladen hier, damit wir auch volle Power nach dem Super-Angriff haben. Jetzt brauche ich, alter... Ah, jetzt habe ich doch tatsächlich ausgelöst. Klasse. Na gut, ich meine, es würde ja theoretisch nur einer fehlen. Oh Mann, darum bin ich so ein Fan. Ich wünschte, ich könnte das sehen. Dann komm vorbei. Ja, dann komm und sieh zu, Mann. Aber aus sicherer Distanz. Denn wenn wir... Komm einfach vorbei. Klar, klar. Äh, ich glaube, ich kann das nicht ums Verhauen. Komm einfach vorbei. Ja, genau, leg du einfach auf, Mensch. Wappsack. So, da haben wir noch einen Träger. Und hier. Gut. Jetzt fehlt mir natürlich wieder ein bisschen Neon-Hermit. Hermit im Neon. Gut. Jetzt könnte ich trotzdem immer noch... Alter. Wie ist der nicht geblendet von dem Blitz, sagt man? Habt ihr denn drauf? Kein normaler Handyblitz. Alter, überall Fotos. Hilfe, Hilfe. Alles klar. Ich gehe jetzt raus und mache mich bereit für ein kleines Spielchen mit den DUPs. Toll. Ja. Ja, ne. Ich habe nicht mal die Chance dazu. DP zwingen die potenziellen Beinteressen Gärbwessen zu tragen, damit sie von der Öffentlichkeit leicht erkannt werden können. Klasse. Ja, genau, ein bisschen zocken auf dem Handy. Scheiße. Ah, verdammt. Äh, äh. Äh, äh. So. Ohohohoho. Ja. Hey Eugene, red mit mir, Mann. Wonach suche ich in dem Konvoi? Äh, keine Ahnung. Ich meine, die haben die... Nein! Es wurde gelöscht. Ich glaub's nicht. Wow. Was war das? Ich glaub, mich trifft der Schlag. Ähm, mich trifft der Schlag. Wenn wir schon, ähm, deutsch-unterrichtsmäßig hier etwas unterwegs sein wollen. Alter. Ja. So, alles klar. So, langsam geht's. Alter Vater, was fliegt da rum? Wow, was war denn? Hubschrauber. Ein ganzer Schwarm. Toll. Aber ich glaube, in dem Nebel sehen die mich nicht. Ich bin ja regelrecht begeistert. Ein Hubschrauber-Schwarm. Das ist aber toll. Alter. Die kriegen irgendwie von irgendeinem Bastard voll das Schutzschild verpasst. So, jetzt aber... Ich komme. Ich bin da. Toll. Ah, gut, ich hab's erwischt, weil ich schon Panik bekomme. Ich hätte den hinten mit... Ja, ich glaub den einen... Ich weiß gar nicht, der unten schwebt der oder steht der? Oder lebt der oder fällt der? So muss das sein, die Fragerei. Denn nur so, wie sehen wir, was eigentlich abgeht. Alles klar. Wow. Alter, Leute. Bab, bab. Wow, shit. Alter. Seid ihr noch ganz bei Trost hier. Komm her, du Babsack. Bam. Zack, zack. Ich suche die DUP-Gefängnisse. Hey, Alter. Ist da jemand drin, Leute? Äh, servus. CMA. Kleiner, alter. Helikopter mit einem Schwert in der Seite. Was geht denn hier ab, Leute? Voll die Action. Warum hast du überhaupt ein Schwert in der Seite? Gut. Eugene, Mann, die Busse sind längst weg. Weißt du vielleicht, wo sie hin sind? Keine Ahnung. Der Funkverkehr ist totales Chaos. Ich verstehe nicht, wohin sie wollen. Warte. Du hast dich in den DUP-Funk eingeklingt? Wie hast du das geschafft? Nur eine App. Da ist er. Da ist Schwert. Hier. Ich schicke dir den Link. Okay. Hab ihn. Also, was macht du? Sie orten Signale. Man kann den DUP-Funkverkehr belaufen. Hohohoho. Bisschen Rauch. Was cool ist. Man kann auch die Richtung bestimmen, aus der das Signal kommt. Oh, Mann. Ja, gut. Dann mach mal. Mach mal hinne. Kein Signal. Klasse. Gut. Es wäre vielleicht jetzt doch etwas schlauer, wieder Neon zu nehmen. Auch wenn es nicht viel ist. Hauptsache, es kommt schneller auf das Gebäude. Stimmt. Dum, 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 dum. Haben wir jetzt Signal? Wir sind in einen Hinterhalt geraten. Das war Rauch. Wir flohen mit uns. Hey, Eugene. Ich empfange was. Sag ich doch. Alter. Voll auf die Schnauze bekommen gerade. Voll gegen die Wand gespringed. Keine Ahnung, wie viele Tote wir haben, aber auch ein paar APC sind hin. Sogar ein paar Helis hat erwischt, aber ich glaube, das war nicht Rau. Vielleicht nur, äh, zweiter Beast. Hier hinten muss es irgendwo sein. Hallo. Alter, wie sieht es denn hier wieder aus? Oh, scheiße. Ja, haha. Oh, shit. Alter. Ah. Ah. So. Ah, gib's doch. Alter, warum steht denn der wieder? Bleib liegen, du Babsack. Wow, 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 wow. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. What you do, so drunk and silly, what you do, Bab. Jawohl, Hauptsache daneben geschossen. Schön, schön, schön. Aufladen, gut. Bam, 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 bam. Toll. Toll, das gibt's doch nicht, Leute. ja 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 so langsam habe ich einen dreh raus habe ich das gefühl gut alter du bist ja noch gut so jetzt habe ich die schnauze decke jetzt werden einfach alle weggesprengt die noch stehen auch wenn sie noch einer ist grad zu löten weg mit dir voll drauf halten hallo toll scheiße alter wir bist du papa schlumpf oder also das ist aber kein normaler babsack toll schön alter bist du schnell scheiße mann der fetter kann ja richtig schnell laufen kacke so ein bisschen rauch also junge bist ein sprinter da wird alter alter obwohl hauptsache daneben geschossen so muss das seine ja immer drauf immer drauf halten geht er jetzt kaputt so wie es aussieht aber war das alter hier oben da kommt er nicht rein und rein hier hoffen dass da oben vielleicht etwas rauch gibt denn ich brauche power denken gibt es auch schön gibt mir ein paar alter gibt mir ein paar alter gibt mir bitte gibt mir nur ein wort war alter das gibt es doch nicht schon wieder gott dieser schnell was wollt ihr nur von mir wie kann ich eigentlich auch nur so oft verschielen hier alter was ist mit euch los was läuft bei euch schief gut nummer 2 flucht flucht eindeutig flucht ich brauche scheiß lüftung 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 weil ich habe ja durch lüftung schnell heilung da hinten ist eine lüftung ah wuuu shit alter wo ist der andere der war doch gerade eben noch da ich kann nicht angehen der typ muss drauf gehen der muss drauf gehen der junge ist mir ein schöner fern aha er ist lost klasse ich sag mal schnell die autos löschen hier wird es nicht mehr darum qualmen gut das ist wieder komisch kurz für ein klein bisschen näher um hochzukommen wenn das ganze etwas schneller geht weil das ist halt das tolle muss nicht so lang suchen klar alles klar da hinten wo muss es sein flitzen wir da mal schnell hin schön am rum flitzen hier übelst am abkacken so nochmal hoch das signal checken alter was soll das ja vielleicht auf mir eine wand gegen den kopf zu stellen so signal da hinten klar gehen wir da hin doch das ganze erst in der nächsten folge bis dahin macht's guten taut rein bis dahin macht's bis dahin macht's bis dahin macht's bis dahin macht's Vielen Dank.